Einen wunderschönen guten Abend, Andi und Wusch ist wieder hier und wir starten weiter in Part 3 und ab hier ist es für den guten Wuschie Blind. Die Katze hat sich zwischen den ganzen Katzenstatuen versteckt, mit rollige Idee. Auf jeden Fall findet sie die ganze Situation lustiger als ich gerade. Aber nun gut, jeder lacht, sogar die Geister hier sind am Lachen, während Wusch ist, äh, ja, weiter voran schreitet. Und ich merke, dass du anfängst nervöser zu werden. Lies den Zettel durch. Geh hindurch. Das ist auch Horror, wo nur ein Auge offen ist. Ein großer offener Mund ist an die Wand gezeichnet. Das ist ein Loch, gerade groß genug, um durchzukriechen. Nee, 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 ich will mich hier erstmal umschauen. Da ist noch ein Loch. Hallo. Erzähl irgendwas. Wenn du ruhig bist, denke ich, da kommt jetzt irgendwas. Deswegen bin ich gerade ruhig. Ich finde das ultra creepy. Ich sage dir jetzt einfach nochmal, was auf dem Zettel steht. Geh hindurch, wo nur ein Auge offen ist. Und ich muss dazu sagen, ich habe für das Rätsel auch meine fünf Minuten gebraucht. Ich lasse dich zwei Minuten rumprobieren und danach sage ich dir, wie die Rätsellösung ist. Es ist wieder irgendwas Tiefgründiges. Also mich beschäftigen die beiden hier jetzt, weil oberflächlich haben die keine Unterschiede. Ich bin, es ist, ganz ehrlich, es ist mega simpel im Prinzip. Oberflächlich haben die beiden keine Unterschiede. Das stört mich jetzt gerade. Entweder ist da irgendwas, was ich nicht sehe oder irgendwas, was ich hineininterpretiere. Weil er hat beide Augen offen. Das ist das erschreckende Gesicht. Ich denke mal, das ist ein aufgerissener Mund, ein Schreimund. Und, warte mal, vielleicht irgendwas mit den Wimpern? Herzlich willkommen zur kunstwissenschaftlichen Analyse unter die Wimpern. 1, 2, 3, 6, 3, 6, bei den Wimpern liegt es nicht. Ist irgendwas am Mund, vielleicht irgendwie an der Zunge oder so? Die Mund sind alles die Selmsprouts. Alles die Selmsprouts, ja. Ich finde diesen Mund so creepy, ey. Kann man die Augen anschnacken? Ein offenes Auge ist an die Wand gezeichnet. Ein offenes Auge ist an die Wand gezeichnet. Ein offenes Auge ist an die Wand gezeichnet. Es wäre zu einfach, Alter, wenn du den letzten jetzt nimmst. Damit muss der Entwickler rechnen, dass jeder Hund zum Kunz jetzt den letzten nimmt. Der letzte ist auch ein Todesurteil, kann ich dir sagen. Ein geschlossenes Auge ist an die Wand gezeichnet. Ein geschlossenes Auge. Vielleicht kann ich die Augen selber öffnen. Du kannst die Augen selber öffnen. So viel kann ich dir verraten. Ein großer aufner Mund ist an die, dass dein Loch gerade groß genug zum Durchkriegen. Vielleicht irgendwas in den Informationen. Es ist, ich bin ganz ehrlich, es ist echt, echt fies. Aber es ist so simpel, wie es fies ist. Alles, was du brauchst, ist in diesem Raum. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe meine fünf Minuten gebraucht, bin ich da aufgekommen und ich weiß noch nicht mal, ob ich dich nachgeschaut habe. Weil ich weiß es echt nicht mehr. Du hast keine Gegenstände, die dir weiterhelfen würden. Soll ich dir sagen, wo wir die Episode ewig langziehen? Ja komm, sag es für die Zuschauer. Lass mich, ich zeig es dir. Ja klar, natürlich, die Ra... Darauf musst du aber erstmal kommen. Es ist so simpel, wie es fies ist. Das ist wieder so ein Tomb Raider-Moment. Ja, ja, ich weiß. Da brauchst du mich gar nicht so scheiße anzugucken. Ich wollte gerade sagen, kommt jetzt hier Samurai-Mucke. Ich merke, du wirst so ein bisschen nervöser jetzt gerade, weil du nicht weißt, was dich erwartet. Finde ich gut, finde ich absolut gut. Das ist gut, ne? Dann würde ich jetzt nicht reinlaufen. Lass in vier Räumen einen Ton erklingen. Klingt simpel, wird es wohl nicht sein. In vier Räumen? In den beiden Räumen hier? Okay, das scheint Schlafzimmer zu sein. Ne, das ist ein Wohnzimmer, das sind keine Bettenwishes. Guten Morgen, das sind... Ähm, ähm, Sessel. Eine kleine Spieluhr, der Schlüssel, ich möchte dich jetzt übrigens nicht abspielen. Ich möchte dich jetzt übrigens nicht... Das ist die Spieluhr mit der Zwölf erklingen. Ich will dich ja nicht nervös machen, aber dieser Bereich, komplett der mit den vier Fackeln, ist der, wo ich mich fast eingepisst habe. Eine Spielkiste, sie öffnet sich nicht. T-Tagebuch der Hexe. Bitte. Seitdem ich alle Freunde... Seitdem habe ich alle Freunde getötet, die zu meinem Haus kamen. Sie wurden alle vom Haus verschlungen. Aber es waren nicht genug. Häh, witzbold. Kannst du ansprechen? Ne, jetzt ist er natürlich nicht mehr da. Boing. Ein Springteufel, sein Gesicht ist rot. Ja, natürlich. Rot ist eine wunderbare Farbe. Der will mir vielleicht... Vielleicht mag er mich. Rot ist auch die Farbe der Liebe und nicht nur von Blut, Gewalt und... Innerein, ja. Innerein. Und innerinnerein, die Innerein der Innerein, das Blut in der Innerein. So, ich denke mal, die Uhrzeit erklingelt, lasse den Ton um zwölf erklingen. Das sollte man jetzt nicht komplett ignorieren. Ich werde jetzt einfach mal dir sagen, dass du übrigens die Katze, falls du nicht gesehen hast. Ja, komm, dann unten, 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 rechts. Na, da wissen wir darum, siehst du sie, versteckt? Äh, du Ratte. Ja, auf dieser Etage hier ist es recht ruhig. Ich kann dir sagen, manche Reize gehen darüber mehrere Räume. Ein ausgehörter Kürbis mit einem eingeschnitzten Gesicht. Auf dem Tisch liegen einige Spielkarten. Zeit für ein D-D-D-D-Duell. Ein ausgehörter Kürbis mit Gesicht. Ein großer Kürbis. Er macht einen angenehmen Klang. Ich glaube, du müsstest so den ersten... Ein Gemälde einer dunkelhaarigen Frau. Ein Gemälde einer grauhaarigen Frau. Ein Gemälde einer blonden Frau. Und ein Gemälde einer rothaarigen Frau. Triss, Triss Merrigold. Sieht ein bisschen so aus. Ein ausgehörter Kürbis mit einem. Er macht kein sonderlich lautes Geräusch. Gehst du gerade so ein bisschen vom Bildschirm weg? Minimal, mir fällt gerade ein, geh mal vom Bildschirm weg. Wenn ein Jump-Scare kommt, ist es nicht zu laut. Dann hört er, ich habe Kopfhörer auf. Er macht kein sonderlich lautes Geräusch. Ich muss auch so sagen, ich höre den Sound nicht, weil nur er Kopfhörer drauf hat. Damit sich das halt nicht doppelt, damit ihr... Richtig. Aber ich brauche die Sound auch nicht ganz ehrlich. Öffnet sich nicht. Blaue Augenstarren auf das Notenblatt. In diesem Raum kannst du aktuell nicht mehr machen. Blaue Augenstarren auf das Notenblatt. GmbH-Scare. Hübsche Liliesetze... Äh, vasem Zeug und so. Ach doch noch nicht. Ich dachte, dass das auf den Kürbis hauen schon ein Sound war. Ein Spielzeugsoldaten mit einer Spielzeugfassung. Ja, die sind sowieso auch immer angenehm. So, du bist so gelehrt. Was war das? Beethoven. Was ist das? Ich dachte Mario. Fass. Ein Buch mit dem Titel Augenforschung. Verschiedene Menschen haben oft verschiedene Augenfarben. Über die Augenfarben der Frauen aus dieser Gegend wissen wir folgendes. Die Augenfarbe einer Frau hängt von ihrer Haarfarbe ab. Die vier Haarfarben sind grau, schwarz, blond und rot. Die vier Augenfarben sind braun, grün, blau und rot. Grauhaarige Frauen haben rote Augen und braunäugige. Und braunäugige haben entweder blondes oder rotes Saar. Gut, das ist schon mal wichtig zu wissen. Du brauchst nicht zu spielen, dann werde ich das auch nicht tun. Damit wurde dir übrigens gesagt, in dem anderen Raum wurde dir gesagt... Ja, ich weiß, ich habe mich nicht mehr im Kopf, was da noch mal stand. Ich kann es dir sagen, pass auf, im Prinzip die Frau mit den schwarzen Haaren ab, blauen Augen. Okay, ich spiele mal, weil ich weiß, wie ich mich als Zuschauer fühlen würde. Ich spiele für euch mal das Klavier, aber ich speicher vorher ab. Wir wollen hier ein bisschen was sehen. Ist ja auch eine LP und man muss auch überlegen, dass hier Zuschauer sind. Also ich weiß, was passiert. Andere Seite, genau. Ein Flügel, auf den Notenständer liegt nichts. Stumpf. Aua. Mies. Erschreckst du dich eigentlich in solchen Momenten? Nee, weil da habe ich jetzt mit einer Gegenreaktion gerechnet, dass da jetzt irgendwas kommt. Also du weißt Bescheid, die schwarzeugefrau hat die blonden Augen, äh, schwarzearige Frau hat die blonden Augen, genau. Also wenn eine von euch da draußen blonde Augen hat, bitte ein Bild an, wann ihr wishes, such blonde Augen, euch, euch, lebt, ja, frauen. Et, 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 hotmail.de, ja, schwarzearige. Ein Gemälder einer dunkleren Frau. Du musst den Tietz noch mal lesen. Blaue Augenstern auf das Notenblatt. Ein Gemälder einer dunkleren Frau. Das ist super. Welches Notenblatt? Wir sind hier, ist da kein Notenblatt. Notenblatt ist hier. Nein. Auf dem Zettel steht einfach nur vier Geräusche machen. Wo sind da Notenblatt? Was sagt der Zettel denn? Blaue Augenstern auf das Notenblatt. Wer hat blaue Augen? Die braunhaarige Frau und Stasi? Hier irgendwo hin. Da ist ein Weißblatt in einem Rissen in der Wand. Toll. Ein Notenblatt erhalten. Ja? Ich wurde von der Mona Lisa getötet. Hast du da, äh, hast dich nicht erschreckt? Nee, weil du Idiot mir das vor einer halben Stunde in einem Video gezeigt hast. Scheiße, stimmt. Ah, das war der Dickse. Ich, äh, kann euch da gerne mal in die, in die Beschreibung meinen Part verlinken. Ich hab'n Heulkrampf halb gekriegt, ey. Was hab' ich falsch gemacht? Wahrscheinlich muss ich direkt ran. Ähm, ja, du warst so langsam. Hello? Du bist mir sehr unsympathisch. Oder was musstest du machen? Dann musstest du zu nem Kürbis gehen. Ich mein, du musstest rauslaufen. Ich mein, du musstest ein bisschen an der, an der, an der... Oder musstest du da oben durch? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Musst du ein bisschen rumtesten wohl. Der Bär bin ich aufgewacht. Geh mal weg! Geh mal weg! Such die Arbeit! Ja, ne, es ist der Meister auch hier, ne? Ich bin auch mal legen, aber ich meine, du müsstest einfach nur... Hat das vielleicht irgendwas mit dem Kürbis zu tun? Ne, ich, ich, ich meine, du musst einfach nur zweimal an der Tür riegeln, ne? Oder, oder, du musst zum Gemälde der Frau. Eins von beidem. Ich bin der... Kürbis, kommt mir doch direkt entgegen, wenn ich das Zeug rausziehe, Alter. Ja, du kannst ja einmal, einmal rumgehen. Was ist denn das Blatt, ja? Ich hab' man ja gesehen, also im Raum rumrein, da kann ja... Ich meine, du musst... Zwei mal zur Tür, zwei mal zur Tür musst du. Nicht zu der, zu anderen, oder so. Ah, das Gemälde kaputt schlagen. Du hast auf jeden Fall jetzt das Notenblatt. Und ich würde speichern. Das hab' ich aber gekriegt, oder? Das hab' ich gesehen. Das war so dieser... Fuck's sake, Moment. Soll ich vielleicht mit dem Notenblatt mal zum... Pia... Zum Pia... Ne, ich glaub' das ist falsch. Ja, du hast auch gerade geglaubt, ich soll die Tür... benutzen. auf den Notenständer gelegt hat super geholfen nein im Gegenteil das 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 Piano hat sich gedacht ne also die Melodie verändern mögen wir schon mal überhaupt nicht dann nenn ich kritisch stand auf dem Zettel du sollst das Piano nicht spielen ja aber vielleicht das Notenblatt nein das noch was uns einfach mal hinlegen die Spiegel die zerbrechen sind immer wunderschön Bloody Mary zweites Mal ne obwohl du sagst es ja hier an dir hinterher für Spaß ich gucke in deinen Spiegel immer in den Spiegel guckst du da sowieso nicht doch ich guck da ist so ein Spiegel hier äh du sollst es eine große Vitrine auf den Küchenwagen sind Tassen und Untertassen das ist wichtig für die Law alter du sollst es so mal einfach nur hinlegen du Vogel wohin soll ich es denn hinlegen da aufs Piano da steht da du sollst es ah so haben wir hier noch einen Piano Lehrer der hier verstorben ist ja absolut ey ich kann bestimmt einfach drauf klatschen ja ja ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß du kannst es einfach nicht nein nichts tun der Flügel scheint von selbst zu erträgen ein Drehschl... eine Drehschlüssel... ein Drehschlüssel fiel aus der Vase eine Drehschlüssel... eine Drehschlüssel... Drehschlüssel des Königs erhalten jetzt werden wir hier aber... schön... haben wir das da hinten eigentlich gelesen gehabt? ja das war das mit den Augen dass die Tür die äh... den Raum... ein kleiner Text ist auf der Tür zu erkennen dass in vier Räumen der Ton erklingen gut Raum 1 ist erklungen richtig... eine Flamme geht an gut das heißt damit dass wir einen Raum schon mal... richtig... zum Spielen gebracht... haben Hallo du kannst mir mal helfen statt hier dauernd hier rum zu chillen Alte es ist ihr Haus? ja eben es gibt nichts gruseligeres als Spieluhren die zirkusähnliche Musik spielen das will ich nur noch mal hier für die Nachwelt hier äh... stehen lassen dann fallen mir jetzt tausend Songs ein warte schlaf heute ein der Clown er kommt herein ich weiß nicht ob was ich gruseliger finde... weißt du? die bei dir rein singen es ist... es... aber es passt alter so muss man echt sagen so kennst das nicht auch so... ich weiß gar nicht ob das Kinder heutzutage noch kennen diese Gruselgeschichten das passt eben zu American Horror Story ja aber diese Gruselgeschichten die Eltern die früher erzählt haben so vom Einschlag... wenn du das und das tust dann kommt heute nennen wir ihn Slenderman früher nennen wir ihn den schwarzen Mann ja da hab ich auch noch ne kleine Anekdote die hab ich noch nie erzählt vielleicht nutze ich dieses Projekt um sie mal endlich loszuwerden ja sehr gerne also es ist keine gruselige... es geht um ne gruselige Geschichte aber es ist eher ne lustige Story Tagegut der Hexe das haben wir schon gelesen so... Hallo ich bin der Joker die Melodie spielt durchs Haus ist auch wunderbar... so wunderbar angenehm von einem Typen erschossen zu werden ich feiere aber die Atmosphäre alter kann man nix gegen sagen ich hab irgend... ich hab irgendwie... hier muss ich vielleicht da was vorbereiten dass der Idiot mich hier verschießt warte warte doch mal was hast du vorhin gefunden während du überlegst mach ich mal das was du dann... was du vergessen ist abzuspeichern Achtung du wirst erschossen oh ich hab die Spiele auch gar nicht gehört ja gut ich hab auch keine Kopfhörer an Arschloch ey seht ihr so kompetent ist euer Andi auch nicht das ist alles zusammengeschnitten ja ja Drecksmann ey so die Videos schneid ich also gar nicht alles hier mal umgeschnitten Andi komplett einfach ja der Friede scheint von selbst zu spielen hier kommst du mal her so so und ich gebe dir jetzt den Hinweis des Jahrhunderts was steht da? so hässlich bin ich gar nicht was steht da? eine kleine Spieleuhr Entschuldigung der Schlüssel fehlt das sind Fehler die passieren im NLP ja ja weil man am Labern ist ja ja ich weiß Drehschlüssel du hast den Drehschlüssel des Königs in das Schlüsselloch gesteckt und die Spieleuhr aufgedreht eine Lieder klingt ja denkt an den Song der Clown er kommt er reiht der Andi ist dabei ein Horrorspiel nur euch mein Kind dass er bald auch wahnsinnig ist na der Andi kommt vorbei so mal gucken ob du ob du ähm am sterben bist oder ob du eine zweite Flamme kriegst Schöne war kack ich meine aber du musst trotzdem auf jeden Fall die Spieleuhr aufdrehen vielleicht irgendwas noch mit oder kannst du auch hässlich bin ich nicht kannst du auch links bei der anderen Box machen ich wie gesagt das Spiel ist bei mir auch schon ewig ja beim Joker hier ja ja ich meine das war ja noch ein Scaredinger mit ich glaub das hast du gemacht als wir uns kennengelernt haben so in der Zeit kurz davor Alter 2012 um so ja dann musst du schon richtig drücken ach geht nicht okay gut so kompetent bin ich nur auch wieder eine Taste richtig zu drücken vielleicht hier irgendwie irgendwie was oder 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 steck mal eine Schüssel rein aber spiel die Spiele noch nicht ab das hat ja beim Piano gerade auch ein bisschen funktioniert oder warte da oben stand da irgendwas mit 12 Uhr oder nicht mhm müssen wir die Uhrzeit vielleicht ändern warte was schlechter vielleicht gefällt das unserem Soldaten nicht dass wir die falsche Uhrzeit haben der will einfach pennen gerade das ist immer schön mhm der ist noch nicht im Dienst meinst du meinst du der ist so ein bisschen wie wie hier die 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 Buckingham Palace Soldaten die können wir so lange ärgern aber darf sich nicht bewegen außer wir machen eine Spieleuhr an seiner schießt er uns ich glaube ich gehe niemals Prozent mit der Spiele nach London jetzt nein und die Uhrzeit sowieso nicht äh das muss an die auch erstmal überlegen ich überlege gerade ne irgendwas ist es mit dem einen Pumpkin da der so wohl klingt komm mal auf den Pammer drauf habe ich das nicht abgespeichert gehabt äh 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 dumm da dumm dumm kloppt nochmal ok das scheint uns ein wenig zu bringen dumm 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 sie sie klopft immer in einem anderen Rhythmus ahah ihr seid ja flitzpiepen wusste ich doch ok das ist böse eine Frauenstatue eine Männerstatue und da haben wir die Uhr eine große Standuhr 12 Uhr war morgens die Uhrzeit nur so nebenbei wenn ich mal was dran ändern könnte wäre ich glücklich ich kann dir sagen warum du die Uhrzeit nicht umstellen kannst wahrscheinlich weil ich wieder den Notizblatt nicht gelesen habe nein du bist zu klein ich kann die Sonne sein ich kann Sand sein und auch ein Vogel kann ich sein was bin ich warte mal ich kann die Sonne sein ich kann Sand sein und auch ein Vogel kann ich sein was bin ich ich bin nie so gut in solchen Rätseln soweit ist immer voll dein Gebiet Alter du weißt es wahrscheinlich mach erstmal weiter ich kann die Sonne sein ich kann Sand sein aber nicht nur um 3 Uhr nachts bin ich eine Pflanze Sonne Sand Pflanze hat nichts mit Sand zu tun es sind zwei Rätsel in diesem Raum bin ich die Farbe rot Sand ist orange oder habe ich Sand kann auch rot sein bin ich eine Uhr bin ich ein Mann oder bin ich eine Frau soll ich dir das Rätsel die Rätsel sagen ganz einfach bin ich ein Spiegel ja ist der Spiegel nein weil alles alles was sich im Spiegel spiegelt kann der Spiegel sein indirekt weil es spiegelt sich im Spiegel theoretisch hast du recht aber du hast nicht recht okay bist du mal bei mir so soll ich es dir sagen ja Sonnenuhr Sanduhr Kuckucksuhr das ist natürlich noch simpler gedacht richtig ein Drehschlüssel ist herausgefallen Drehschlüssel der Dame erhalten ich glaube kannst du bei der Uhr jetzt noch die Uhrzeit einstellen und das wäre gut ne dass wir da ein bisschen drehen können eine große Standuhr sie läuft nicht kannst du schüsse das Königste reinstecken du kannst die Uhr nicht erreichen war da nicht irgendwo das ist ja drollig du kannst die Uhr nicht erreichen ich glaube da wenn du raus wieder reingest ist hier irgendwo ein Stuhl wollte ich gerade sagen hier war doch ein Stuhl der ist jetzt weggedroppt weil ich das Rätsel fertig habe ja so schiebst du natürlich nicht oh der ganze Raum hat sich mal wieder verändert du musst sie genau das ist ja drollig ich bin zu klein Diskriminierung das ist ein Drehschluss des Königs in das Schlossloch gesteckt und die Uhr umgestellt die Uhr beginnt zu ticken klick nochmal an eine große Standuhr die Zeit vergeht ok also würde ich mal sagen der Raum ist das mal fertig wahrscheinlich ist damit jetzt auf 12 Uhr direkt gestellt ergo du hast auf jeden Fall schon mal ganz ganz viel du hast auf jeden Fall schon drei von vier Lichtern jetzt jetzt fehlt noch die Spieluhr so und die Spieluhr die Spieluhr die Spieluhr die Spieluhr anzumachen ist nicht das Problem wenn man damals nicht dauerliche Besuche abstatten würde die kommt vorbei die kommt vorbei erkennt das auch jetzt weiter das zeigt mir schon mal dass alles okay ist Skript Event heftig in allen vier Räumen klang ein Ton von irgendwo irgendwoher kam ein Geräusch und ich würde mal sagen gucken auf deine Uhr Lass mich mal ganz kurz hier wir sind gut im Spiel drin die Uhr wird nur beachtet okay ja also wir haben so ungefähr die 20 Minuten wieder rum ich würde sagen woher das Geräusch kam das erfahrt ihr im nächsten paar weiß ich wohl gar nicht hast du ne Idee? ne ich hab wirklich keine Idee du musst nicht so tun als hätte ich keine Idee ich hab keine Idee achso achso du bist Spannung achso ja du bist so ein Mongo ne? nein Spannung also da wishya jetzt weiß woher das Geräusch kommt sagt das euch auf jeden Fall im nächsten Part ja ich zeig dir Randi und ihr fahrt im nächsten Part auf woher das Geräusch kommt und nachdem wir richtig Atmosphäre aufgebaut haben sehen wir uns in Part 4 wieder nicht wahr? auf Wiedersehen ciao haut da rein hab ich gerade ha ha